Und ich fahre erneut mit dem Füssenaufzug hier am Eingang Arberhof. Ich bitte um die Entschuldigung. Da hat der Akku leer war, muss ich die Aufnahme abbrechen. Und jetzt habe ich mein Smartphone an meine Powerband angeschlossen. Und deshalb kann ich die jetzt so weiter filmen. Wenn ich die so aufwärts fahre, die Aufrufe verkehrt muss, zwischen den Etagen. Zwischen Ebene Ausgang und R2. Zu allen anderen Etagen fällt der Aufrufe leider nicht. Durch den Aufrufe Baujahr 2001. Ich denke mal, dass so Gebäude im Jahr 2001 eher so richtet wurde. Jetzt verlassen wir uns einfach. So sieht die Eingangsbereiche für die Eingang und alte Freiheit aus. Und ich bitte euch nochmal um so zu entschuldigen. Da mein Smartphone plötzlich kein Akku auf einmal leer war. Aber zum Glück hatte ich nicht so Powerbank. Und ich habe bei Rossmann, die bis hier auch in unserem Kronaufzug. Und da so zwei, ich meine nur zwei Kronaufzüge. Dann werde ich diese nicht so los. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 3 Fragen. Falls ihr hier so Fragen habt, dann stellt bitte bitte unter den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.